Hallo und guten Morgen von Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes auf Tour in Bobirovo. Heute geht die Fahrt weiter Richtung der Insel Usedom. Wir werden in Swinemünde halt machen im Hotel oder in der Villa Paradiso. Direkt nach dem Intro geht es bereits los. Bis gleich! So, unsere Fahrt geht nun auf die Insel Usedom. Wir werden in Swinemünde übernachten und uns aber auch die anderen Ortschaften wie Heringsdorf, Arlbeck und Banzin anschauen. Hierbei handelt es sich um Seebäder. Wir werden dort auch wieder Museen und andere Sehenswürdigkeiten besichtigen und ich werde euch auch wieder eine Rezension über die Villa Melodia machen. So, wir müssen nun sechs Minuten an der Fähre anstehen. Zumindest sagt das die Google Assistentin von der Navigation. Also sechs Minuten anstehen an der Fähre. Was eigentlich noch ganz gut ist, denn wir haben schon gehört, dass Leute eineinhalb bis zwei Stunden hier angestanden haben. Wie ihr an der langen Autoschlange erkennen könnt, wird aus diesen angegebenen 7 Minuten wahrscheinlich wohl doch eine Stunde werden. So, nach anderthalb Stunden haben wir es fast geschafft. Die nächste Fähre sollten wir bekommen. Also die sieben Minuten von Google waren völlig unterdrücken. Ihr seht, da vorne ist die Fähre. Die fährt jetzt erstmal los und auf die nächste sollten wir es mit drauf schaffen. Also werden wir circa zwei Stunden insgesamt die Fähre überquert haben. So, nach eineinhalb Viertelstunden befahren wir nun die Fähre. So, nach einerinhalb Viertelstunden befahren wir uns hierher. Wie ihr sehen könnt, ist die Fähre schon recht voll beladen, da sind sogar große LKWs drauf. Wir müssen einfach nur darüber auf die andere Seite und das hat jetzt fast zwei Stunden gedauert. Ich hatte mal gezählt vorhin, es passen ungefähr 40 Autos inklusive LKWs auf die Fähre. So, jetzt haben wir abgelegt. Hier drüben fährt die zweite Fähre, normalerweise sind es sogar drei Fähren, aber da die dritte ausgefallen ist, hat es heute auch anscheinend etwas länger gedauert. So, und jetzt legen wir gleich wieder an. Dann werden die Klappen wieder hier runter gehen, sodass wir rausfahren können. So, ich bin jetzt mal wieder auf die Klappen. So, jetzt kennen wir jetzt auch schon mal wieder. So, jetzt sind wir jetzt in die Klappen wieder. Und jetzt haben wir noch einen Tuch. So, ich bin jetzt mal wieder hier. So, jetzt kann man das noch einmal hier voir. So, jetzt haben wir die Klappen nicht mehr. So, jetzt haben wir jetzt mal einen Klappen. So, dann müssen wir kurz weiter ran. Okay, jetzt auf euch machen. So, jetzt neue Klappen. So, dann müsst ihr nur einen Klappen übernehmen. So, jetzt bevor geht's. Dann, bis jetzt mal wieder hin. So, da wir jetzt die Fähre überstanden haben, zwei Stunden anstehen, oder eine Dreiviertelstunde anstehen und mit Überfahrt haben wir genau jetzt zwei Stunden gebraucht. Jetzt sind wir auf der Insel Usedom, allerdings auf der polnischen Seite, da wo wir auch hinwollen, nach Swinemünde. So, wir sind Villa Melodia angekommen. So, und nun werden wir mal das Zimmer besichtigen. Wir nehmen jetzt mal Zimmer Nummer zwei. Das ist ein schönes Haus, das Zimmer. Mit Balkon. Großen Bett. Direkt davor ein Pernseer. Wasserkocher für Kaffee und so weiter. Schön gestaltet. Und hier drüben sogar noch eine Couch. Werfen wir mal einen Blick ins Bad. In der Ecke eine schöne, recht große Dusche. Toilette. Waschbecken. Es ist ein Föhn enthalten. Recht weiches Toilettenpapier. Ein paar Kosmetikprodukte. Ein Mülleimer mit Toilettenpapierhalter. Ein Handtuchtrockner. Und ein Handtuchhalter. Die Duschbecken sind aus Glas. Man hat im Innenbereich der Dusche eine schöne Halterung für Shampoo oder Haarwäsche. Am Waschbecken befindet sich links und rechts eine Halterung, einmal für die Zahnbürste und rechts einmal für eine Seife. Neben dem Bad ist ein recht großer Kleiderschrank mit vielen Bügeln. Und jetzt gehen wir mal auf den Balkon. Ihr seht, er ist nicht so besonders groß, aber er reicht vollkommen aus für zwei Personen. Stühlen, Aschenbecher und kleinem Tisch. So, jetzt werden wir uns mal die Strandpromenade von Swinemünde anschauen. Hier hinten könnt ihr Fahrradstationen sehen, wo ihr direkt euer Fahrrad aufpumpen könnt. Also das sind direkt Pumpstationen für die Fahrräder. Und hier in den Wiesen sind Trampoline eingelassen, wo man direkt, also wo die Kinder drauf springen können. So, das ist jetzt die Strandpromenade. Hier habt ihr Wege für Fahrräder. Das seht ihr auch fahren. Und hier sind Wege für Inliner, wo das Zeichen für Inliner aufgemalt ist. Und hier, wo ich jetzt laufe, ist der Weg für Fußgänger. Hier, schaut euch mal diese lustigen Teile hier an. Hier gibt es Schalter, da steht dann Folkpfand drauf, was auch immer das sein soll. Ich könnte mir vorstellen, dass im Sommer hier eventuell so leichter Sprühregen rauskommt, damit man sich leicht abkühlen kann. Ihr hört die Nachbarin, was sie gesagt hat. Hier sind überall kleine Düsen. Sie möchte sich im Gespräch beteiligen, so wie an unserem Video. Aber das ist normal, dass sich Leute hier immer versuchen einzudrängen und versuchen, in die Videos reinzupatschen oder sich in den Hintergrund zu drängen. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben hier einen schönen Bogengang. Die Klanzen, die ihr hier an den Seiten seht, die nennen sich Blauregen. Und ich vermute mal, bereits im nächsten Jahr werden diese den kompletten Bogen hier okkupiert haben. Denn diese wachsen wie Unkraut. Hier habt ihr noch diese Zäulen mit Wasserhändlern. Da wird man sich auch im Sommer dann... Da kommt wieder noch Wasser raus, bitte? Da kann man sich duschen oder die Rente waschen. Dann gibt es hier... Ja, so eine Art Sportgeräte. Das ist der Fit Park. Ihr seht... Hier kann man sich fit halten. So wie der Junge das hier macht. Wie ein kleines Fitnessstudio im Öffentlichen. Auch nicht schlecht. Habe ich noch nie so gesehen. Und der Boden ist auch ganz besonders. Es ist wie so eine Art Gummi. Also man läuft da drauf ganz leicht. Also diese Strandpromenade ist schon schön gemacht. Hier an den Bänken habt ihr kleine Fußbänken. Wo man sich die Füße draufstellen kann. So, und jetzt sind wir mit dem ersten Stück Strandpromenade bereits durch. Zum Strand ist es hier gar nicht weit. Also es sind circa 100 Meter. Im Hintergrund treten eher auch Schiffe. Und hier am Strand ist mehr los als in Popirovo. Wenn ihr das mal feststellen könnt. Vor allem scheint es hier auch Kulia am Öfen zu geben. Hier in der Ferne könnt ihr schon die Seebrücke von Arlbeck und von Gieringsdorf sehen. Ich zoome ein bisschen ran. Das ist von hier jetzt ungefähr sechseinhalb Kilometer entfernt. So, das waren heute die ersten Eindrücke von der Strandpromenade in Swinne-Münde auf der Ginsel Usedom. Also, ihr hattet eine tolle Reise gesehen oder eine Anreise, eine tolle Strandpromenade und ein tolles Meer. Schreibt mir mal in den Kommentaren, was euch besonders beeindruckt hat. Ob ihr schon mal so eine Strandpromenade gesehen habt. Was hat euch an dieser am besten gefallen? Und wie fandet ihr das Anstehen an der Ferne? Das war's für heute. Jetzt könnt ihr noch was für mich tun. Klickt auf den Abo-Button, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns bereits morgen wieder in meinem nächsten Video. Ciao und bis bald. Und nun, legt euch wieder hin.